Mein Name ist Wilson. Sie haben mir wegen meiner Tochter geschrieben. Dieser Kerl, mit dem sie was hatte. Terry Valentine. Was hat er gesagt, als Jenny plötzlich tot war? Sag ihm, ich komme! Sag ihm, dass ich verdammt nochmal komme! Jenny hat dir nie von ihrem Dad erzählt. Welchem Dad? Der, der neun Jahre im Knast gesessen hat. Letzten Monat kam er raus. Solange die nicht wissen, dass ich da mit drin hänge, bin ich... The Limey. Ein Engländer auf Wrache-Feldzug in L.A. Untertitelung des ZDF für funk, 2017